hallo und herzlich willkommen zurück bei vorlop 76 wir sind hier beim letzten mal im standort bravo stehen geblieben und sind auf dem weg eine atomrakete zu zünden um das bergwerk monogar zu öffnen gut ich habe mich zwischenzeitlich um die aussen gekümmert das heißt unser handgefertigt das funktioniert wieder und ein reparatur kit dabei gehabt sehr praktisch und wir werden jetzt einfach weitermachen und unseren weg zum kontrollraum bahn so jetzt erstmal zentralrechner kerne sammeln und gleich reparieren so aber wir müssen uns erst mal um weitere bots kümmern geht hier also direkt weiter wo wir aufhört haben noch ein aggressor dron hier irgendwo weiter wenn jetzt noch mehr kommen erstmal hier weiter dann sollte jetzt die quest aktualisieren sich genau finden einen weg die sicherheitstür zu öffnen und wenn wir jetzt erstmal die schütze ausschalten das ist erledigt das ist erledigt gleich das ist ja nicht wie wir das hier gemacht hätten oder hat die verrichtet so das hatte ich bevor wir überhaupt drin sind auch komplett repariert ihr habt also von daher naja die dienen schnell so dann haben wir noch alka-so-traumix haben sie schon gesehen jetzt rennt sie weg kümmern uns erst mal um die geschütze kümmern wir uns erst mal um die geschützer kümmern wir uns erstmal um den den wir eben schon gesehen haben oh lieber trussi und da ist ja irgendwas so dran aufgetraut der soll uns auf das fenster hier sehen so der Schützturm weg, hervorragend, so können wir uns erstmal umlehnen ungesund wenn die hier rumfliegt springt, ah ja und wir hätten auch eine Waffenwerkbank, na toll naja, das ist eh ne, na, jetzt kommen wir nicht in die Ecke, gut bitte, dann kriegst du eine Mama so, naja, wäre auch ein Wunder gewesen, wenn es hier im Wartungsbereich keine weiteren Werkbänke gäbe ja, Waffenwerkbank und wir haben ein Level ab, sehr schön, sparen wir uns jetzt im Back, hervorragend so, ne, gut, das ist mal das, ja Stufe 4 Sicherheitsereignis, wir sind das, ich weiß, so, können wir uns erstmal um die hier dann müssen wir mal an die Rechner da drüben, weil der Schrott kommt ja auch immer wieder, wenn wir uns nicht um den hier, äh, wenn wir uns nicht um den kümmern so, dann müssen wir die Orecklandwaffe weg und dann noch den Major Godzilla drüben und komm mal, ihr Freundchen so, der ist auch schon erledigt, so, kann man den ganzen Schrott looten hier so, jetzt erstmal an den Rechner hier hinten so, Anlagenzentralrechner das ist schön, so und wir brauchen 15 Prozessorkerne in Ordnung, machen wir also dann schenke ich euch das an den Rechnerkerne erstmal einsammeln hier sehen wie viele wir dabei haben beziehungsweise wie wir hier finden können so, dort sind ja schon mal einige gewesen hier so oh, jetzt hätten wir noch zählen sollen wir kümmern uns aber erstmal an die Karnegatze hier drüben muss ja nicht sein, dass sie uns beschießt naja eigentlich schon naja, dein Kugel hat das auch schon gesagt gut also weg mit dir so komm, wir haben jetzt hier noch eingesammelt das waren ja einige okay jetzt müssen wir noch welche suchen gehen so, hier haben wir noch einen der muss ja nicht stören ach, da müssen wir erst benötigt Terminal können wir den hacken ne, brauchen wir es aufklicken okay Tür öffnen bitteschön so Lagerraum offen und wir haben den Karnegatze und da drin ist noch einer so, der ist erledigt und der ist okay erledigt na, offensichtlich so gleich mit dir so können wir alles mitnehmen haben wir auch noch einen bekannten Bauplan dabei erstmal eingesteckt so, ja, Kampflinte ja, nehmen wir auf jeden Fall mit mal den Schrott hier werden wir gleich zum Reparieren ein bisschen was brauchen so komm, wir haben hier noch wir machen rüber hin zu der Bastelwerkbank wo wir gerade angefangen haben komm, wir sind hier richtig nee, hier ist ein anderer Durchgang aha okay ach ja, das ist die Abkürzung okay gut kommen wir jetzt wieder zum Ausgang raus eigentlich da ist noch ne, Schaltplatte Militärstandard mir, das war kein Zentralrechnerkern die liegen hier auch irgendwo in den Regalen rum die nur gerade kenne schade, dass der das nicht mitzählt oh, da ist noch ein Alkastronbeherrscher sie hier anschleichen wahrscheinlich müssen sie eine Fiffung zu haben hier ja, tatsächlich ja, irgendwie klappen sie eins richtig da dann noch ein Zweter offensichtlich Zweter-Aggressortron irgendwo der erste hat sich erstmal hingelegt oh, klar, ja, hier liegt nicht weglaufen nee, nee, nicht wegrauchen nee, 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 bleib mal hier das bringt jetzt sowieso nichts mehr so eingesteckt so ach, hier haben wir dann hier Schutz ignorieren wir jetzt erstmal und nee, aufhörig, wir machen es mal weg besser ist besser oder sicher ist sicher so erledigt so, dann machen wir mal die Tür zu na wieder in dem Raum, wo wir gerade eben angefangen haben und dann machen wir mal die Tür na, ok, Koffer, der kommt jetzt hier nicht durch und hat uns auch nicht gesehen schauen wir mal kurz versteckt nicht wirklich gut naja, steigen wir trotzdem aus der Powerrüstung mal aus und kümmern uns mal um die Zentralrechnerkerne in der US-Army und dann nehmen wir den Jungen rechts raus oder die Tür rechts dann können wir uns auch noch um den Gazzi kümmern der da steht ich will diesen Ort hier durchkämmt haben da ist er jetzt und das, wie er mitkriegt, wo er beschossen wird, ist er erledigt sort ab oh, vermutet uns in der falschen Richtung so, Kerne wieder einsetzen so, haben wir das für noch ein paar so, mal gleich geschafft so das, was wir müssen wir einsetzen wo haben wir hier noch einen Besteckplatz mhm ne, haben wir erledigt sehr schön und jetzt können wir die Sicherheits-Tür öffnen hervorragend sehr schön Sicherheits-Tür-Steuerung Tür öffnen oh da bin ich da immer froh über den Park Sicherheitsvorfall beigelegt jetzt haben wir den Skill was dann auch die Stimpegs sind das wollen wir halt gerade in so einem Terminal hängen so haben wir den Gazzi hier weg dann können wir weiter gehen haben wir halt ja nicht mehr weit so oh, den Messer-Gazzi da können wir irgendwo ignorieren so können wir hier alle bluten nehmen na na, na, wir gehen ja mal die jetzt hier unten mit ach, da kommen ja noch einer gut machen die noch mit bitte die hat's so gewollt dann dürft ihr auch ruhig sein ich glaube, dann wachsen die nie nochmal nach das waren die jetzt mit dem Sicherheitsalarm so der ist gleich erledigt sehr schön strahle Schrott also, wir hätten gleich alle bluten können so, machen wir das jetzt so dann ist das erledigt so, und der da hinten den können wir jetzt ignorieren und wir können weiterlaufen sehr schön hervorragend so, ich glaube, wir müssen jetzt durch das Launch-Silo durch wachen wir mal sehen so dann sollten wir ja bald einfach mal da sein genau mal Aggressodron zu hören hier oh, war nicht zu sehen da sind wir doch schon im Kontrollraum wie das aussieht ganz genau hervorragend sehr schön gut hervorragend haben wir denn nicht mehr weit sehr schön so, dann lassen wir erstmal die Sicherheit hochfahren und kümmern uns erstmal um die Geschütze die hier im Raum verteilt sind Kontrollraum aktiv alle Stationen bitte warten begeben Sie sich zum Start-Kontroll-Terminal um die Start-Vorbereitungs-Sequenz einzuleiten jo, das machen wir als erstes also erstmal dann die Sequenz initiieren so, aber wir kümmern uns erstmal um die Geschütze das werde ich nicht später machen so was war das da da ist noch ein Aggressodron okay und mindestens zwei hier, nehm ich mal an dann haben wir schon mal da drüben gesehen, ihr habt aber jetzt gerade nicht na, da ist er oder da ist sie genau komm her komm wir mal uns um dich aber mal den Rest mit dem Hammer na nicht um uns rumtänzeln oh, was machen wir uns zum Deckel sind okay da unten ist er jetzt so gleich umgefallen immer wieder lustig mit dem so, dann können wir erstmal mit Robo hören so, der ist erledigt oder sie ist erledigt Robo hören wir nicht wieder ein einnehmen so, ist aber nicht so, erstmal den Startkontrollleiter ja so, in Elite-Anserbe so, der ist erledigt diesen Startkontrollleiter brauchen wir nicht so, wir machen erstmal weiter da haben wir noch irgendwo ein Geschützchen da hinten und da haben wir noch Mr. Gazi natürlich könnte ein bisschen abwechslungsreicher sein da gibt es nur vier, so wirklich vier Gegnertypen naja, heute wollen wir uns mal nicht beschweren immerhin haben wir reichlich von denen so, achso, wir müssen wieder Licht anmachen na klar haben wir ein paar lose Zahnräder, sehr schön gut, nehmen wir die Ola mit so, da ist Ola ein Geschütz gehen wir hier durch den Raum bevor wir uns an der Terminal machen so der ist erledigt oder der Geschütz ist erledigt da haben wir noch einen Gazi den einfachen Mr. Gazi kein Colonel, kein Major, kein Lieutenant da haben wir noch nie Schütz da haben wir noch ein Gazi zu tun wovor wir uns an die Startsequenz machen können so ok, dann wäre wieder ein Feuerwerk naja, dauert noch ein bisschen passieren aber wir haben auch hier noch Feuerwerk hier da muss ich nicht beschweren die dürfen wir ja ganz schön auf die Ressourcen muss man ja mal sagen das muss man ja auch nicht jeden Tag machen wir sind weg, findet man eigentlich so wie ja keine wir haben nicht ein einziges hier drin gefunden so, wird das erledigt oh, da haben wir noch einen Mr. Gazi ach stimmt, den hat man ja nicht erledigt so, der ist auch erledigt da haben wir noch ein Augenbot das wird ganz spannend und brandgefährlich ok so da schoss uns noch irgendwas da ist noch ein Geschütz da hinten ok naja, wir sind noch nicht fertig mit denen das muss man auch weg machen oh, das ist schlecht zu treffen oh, das ist schlecht zu treffen können wir uns erstmal um die Tiere rechts können wir ein bisschen mehr Deckung nehmen so jetzt aber weg mit dem Ding müssen wir den ganzen Raum ja auch hier abdecken oder gleich abdecken so das war erstmal der Geschützturm so, da ist der Nächste wenn man sich außen hält dann abwischen wir eigentlich so gut das ist auf jeden Fall von Worte hier ein bisschen mit Deckung vollziehen so da oben war noch ein Aggressor drinnen ok diesmal eine Elite-Ausgabe und irgendein Geschützturm muss da oben noch sein hat es uns so gesehen ach ne, das ist der Augenbot so der ist erledigt oh, Stahlschrott alles neben am besten so, ist besser gut wir kümmern uns mal noch um den Aggressor-Tron so jetzt kriegen wir auch ein bisschen viel Feuer, glaube ich ui nicht in die Ecke drücken das ist nicht nett jetzt haben wir es aber erstmal dass er untermach runterkommt das ist auf jeden Fall besser das ist der Fall vom Body Pull obwohl, die lässt sich überhaupt nicht pullen na gut dann müssen wir das erstmal von hier unten lachen oh gut wenn wir eine Mine da oben hängen lassen können oder so na gut so, jetzt macht er die Schutz hier weg rechts das stört er nur so, das ist erledigt und dann kommt er jetzt kommt es runter jetzt wo wir die Schütztürme fertig haben na klar na gut die kann vielleicht ein bisschen taktisch na gut das ist eine Schmärme-Taktik das ist bloß noch Krauchen angesagt Angriff na du bist da lustig denn mit dem Angriff hat sich erledigt wenn du nur angreifen willst schieß nicht mal mehr so wo sollen wir uns denn Haarklammern eine bleiverkleidete Rüstung okay nicht alles eingesteckt Kronkorken, Rettungsring und Tafelmesser und macht dann hier einen Rettungsring ich glaube nicht, dass die hier irgendwie Rettungsringe brauchen so, haben wir hier oben ihr Schütze erledigt ich gucke mal hier noch eins kurz ob hier noch irgendwas ist ne gut erledigt wirken mal die andere Seite noch mal kurz ab ich glaube, die Schütze hatten wir aber schon von unten erwischt okay ja, hier scheint nichts weiter zu sein in Ordnung gut, hätten wir das sehr schön gut, dann können wir jetzt die Startvorbereitung einleiten gut, Startvorbereitungsübersicht Startvoraussetzung brauchen wir jetzt alle nicht machen wir leiten einfach nur die Startvorbereitung ein Startvorbereitungssequenz eingeleitet an das gesamte Personal auf ihre Stationen an das gesamte Personal auf ihre Stationen versammelt Startkontrollleiter Startkontrollleiter aktiv weiter zur Station nicht genehmigter Start wird durchgeführt Sicherheitsteams zum Kontrollraum Sicherheitsteams zum Kontrollraum zusätzliche Sicherheit erforderlich so, der Startkontrollleiter begibt sich auf seine auf seine Position und wir dürfen ihn verteidigen machen wir das so, dann soll die mal alle herkommen so, Mr. Gutzi oder Colonel Gutzi nicht gerade wehrhaft hier so, dann erledigen wir den erstmal so, der ist weg da war dann noch ein Bereichsleiter irgendwie oder so kümmern wir uns um den Kampfstrateger oh, Kampfstrateger weg damit nein, nicht weglaufen das ist nicht schön das ist mal so viel hinterher loben so, der ist erledigt so, haben wir noch was ganz manisch zu sehen ah, die werden wieder ankommen da drüben ist noch was noch eine Protektor-Waffe der will an den Leiter das muss nicht sein also weg mit der Protektor-Waffe hier ah, jetzt kommen selber noch ein paar mehr da ist noch ein Protektor und da drüben ist noch ein Gutzi so, der ist erledigt und der Wächter ist auch gleich erledigt so dann machen wir hier oben so ist er auch nicht da unten rumtreiben so, der ist erledigt sieht er aus sieht man gut aus, sehr schön und der Colonel Gutzi da der kann sich immer erstmal mit uns befassen sondern nicht den Bereisleiter allein in die Stadt Bereisleiter angreifen so ach, guck mal das hat hier fertig schneller so so, da unten haben wir den nächsten Protektor-Waffe der schießt dann da oben auf den so, jetzt kann er mal von uns und jetzt nehmen, genau wo kommt der Nächste der hilft so, das erstmal wird hier noch mehr so, noch irgendwer ja garantiert noch was von rechts dann haben wir noch ein Aggressor-Tronik 25% na, sag mal nicht so aggressiv da so, jetzt greift sie uns ein Spoiler hier so, dann haben wir die Aggressor-Tronik auch gleich da hinten da hinten ist noch irgendetwas da hinten ist noch irgendetwas Robo-Hirne so wie das aussieht ich schmeiß dir mal eine Granate rüber dann nehmen die vielleicht mal eine Notiz von uns und hören auf da die Bereisleiter anzugreifen im Moment stehen noch alle 5 das ist hier oh Kopf, unsere Granate macht dem nichts und dadurch stammen wir auch nichts so, Ruhe und Verwiss da weg mit dir ach, das ist ja auch eine Protektor-Waffe ist ja ja keiner von den Bereisleitern ha, ok gut, weg mit dir Stelle nun zusätzliche Sicherheitseinheiten her na, dann stellen wir zusätzliche Sicherheitseinheiten her das wird hier nischt mehr Standvorbereitung zu 50 Bereiten na, ich wollte es gerade sagen die Bereiten ist bei 50% knapp da haben wir die Hälfte, sehr schön und die Protektor-Waffe haben wir auch so, müssen wir alle halt wieder looten hier so, muss ja auch sein so, da kommt der nächste die nächste Protektor-Waffe können wir bei uns haben die auch noch so, gleich erledigt oh, ob wir noch so ein Gazi haben oder noch ein Aggressor-Ton irgendwo im Moment ist erstmal nichts zu sehen und wir haben auch alle 5 aktiv das ist gut, dann geht das auch am schnellsten oh, hier ist erstmal eine Sparte auf 2 zu sehen da haben wir noch einen Protektor-Waffe na, komm mal her oh, den haben wir schon erwischt gehabt den haben wir ja erledigt, ok oh, jetzt haben wir eben kaputt oh, das ist nicht gut na gut, kann passieren so, da hinten ist noch ein Gazi oh, den ohne weg da kommt noch irgendwas und später Gazi, jetzt stellt er sich vor den auch von den anderen ach, 3 von der Sorte so, der ist erledigt und jetzt wieder darf doch der erledigt sein genau, hervorragend alle Systeme normal warte auf abschließende Autorisierung sehr, sehr schön und wir haben die Missionen-Counter-Waffe abgeschlossen hervorragend, dann können wir jetzt gleich die Atommarkete zünden sehr, sehr schön und sie aufs Bergwerk monoguerwerfen gut nach vorne gut, na dann können wir unsere Atomraketenkarte einwerfen unsere Schlüsselkarte Schlüsselkarte angenommen Tastenfeldzugang gewährt ok, gut und dann werden wir den Startcode eingeben dafür habe ich, wie beim letzten Mal auch schon die Webseite GenukaCrypt genutzt und da ist der Code der aktuellen Woche 2 3 4 6 2 6 0 4 Zugang gewährt sehr schön so, dann können wir unser Ziel aussuchen und wir brauchen das Bergwerk monoguer so, Start bestätigen und wir haben die Quest tot von oben eine Atommarkete ist im Anflug, genau so, wir wollen uns natürlich den Einschlag auch auf jeden Fall anschauen also, wenn wir hier gleich raus mit der Schnellreise mal 2 Minuten, beziehungsweise 3 Minuten Zeit und wir sollten nicht unbedingt in die Einschlagszone gehen also würde ich sagen, gehen wir zur Station Sunnytop so, auch nicht so weit weg und dann geht es da gleich weiter sehr schön sind wir an der Sunnytop Station so, dann werden wir auch gleich mal die Quest einschalten für den Bergwerk in jedem Quest mit viel Gefühl oh, mal in die Richtung und wir sehen uns das gleich mal guck mal noch eins kurz auf die Karte genau nicht so dicht drin laufen so, dann haben wir hier mal auf dem Bergchen das wir auch ein bisschen mal sehen wenn jetzt gleich die Atommarkete einschlägt so, kann ja nie soweit sein ich glaube, wenn wir hier oben hin gehen haben wir einen schönen Blick da drauf und dann können wir uns der verstreiten Zone hinterher nähern ah gut, wir haben ein bisschen viel Bäume ah gut, ok oh gut, das sollte sich aber aussehen hier sieht das doch ganz nett aus wollen wir mal sehen oh, vielleicht kann man ihn auch noch ein bisschen besser hinkriegen ja, wir sind schon fast in der Einschlagzone gehen wir mal runter auf die Straße guck da mal den besten Blick das Fläche ist nicht das beste hier jetzt sieht man natürlich, wenn das irgendwo im Tal einschlägt natürlich deutlich besser so machen wir noch eine Schlag-Einschlag-Zone hm, knapp draußen naja, wir nehmen mal die vorsichtige Variante die noch ein paar Meter weg schade, dann wird das kein schöner Anblick hm woanders seinieren sollen so, von unten sieht das auch ganz nett aus wenn man sich das aus Toxic Valley dann anguckt ne, wir sind hier aber ganz ungünstig gut gut 30 Sekunden noch bis zum Einschlag oh gut also das war im Cranberry Bock definitiv schöner zu beobachten oh, 25 Sekunden haben wir noch da können wir uns eigentlich in der Zwischenzeit um unsere Ausrüstung kümmern oder die Überlebenszeit aufstellen oder einfach mal was essen und was trinken oh, ganz entspannt hier oh, war ja auch voll wo muss das sein und danach haben wir ja einen kleinen Fußmarsch vor uns jetzt müssen wir ja rüber zum Bergwerk oh, jetzt können wir noch mal kommen hier zwei Sekunden so, und nun? mal gucken, ob da keine 4-Zündung war da ist sie hervorragend naja, hätte ein schöner Einblick sein können sehr schön und wir haben ein öffentliches Event ein kolossales Problem das gehört auch dazu und so weiter ich weiß ja, können wir da hin sind wir drin gut dann werden wir uns mal dahin begeben ich würde sagen nehmen wir kurz die ja die Schnellreise quasi und werden uns dem Ereignis auch noch stellen mal sehen, was das wird und ob sich das eigentlich aussieht also noch 4 Minuten, 5 Minuten hier in der Folge eben bisschen mehr ähm ah, egal wird es notfalls ein bisschen länger so, erstmal haben die Quest tot von oben abgeschlossen und ja unsere Quest mit viel Gefühl hat sich interessanterweise nicht aktualisiert das finde ich sehr interessant okay aber wir sind jetzt eben erstmal dem Event beitreten genau warte bis der Miedenschacht wieder frei von Schutt ist okay, na gut dann gehört das wohl dazu ah, väterlicher Abschied wir haben einen Holoband gefunden ich glaube der gehört zu unserer Quest zumindest ob Solana Teil sammle das Holoband ein oder machen wir das? wir müssen ja eh noch ein bisschen warten hey Max ich weiß ich habe es verbockt ich hätte nie Fuß in dieses Bergwerk setzen sollen die paar Vorräte sind das alles nicht wert äh glaub nicht eine Sekunde dass ich dich mit Absicht verlassen habe und gib dir dafür auch nicht die Schuld äh ich kann nicht mehr für dich da sein aber du bist stark und schaffst das schon vergiss nicht dein Papa hat dich mehr lieb als alles andere Okay, wir haben uns der Holoband vierterlicher Abschied angehört und diese Holoband sollen wir auch Maggie geben sehr schön haben wir auf jeden Fall schon mal was von ihm hier gefunden jetzt können wir uns hier in Ruhe umgucken und wir haben jetzt hier 2 Minuten 50 Zeit bis hier das Bergwerk öffnet wir können es hier also vorbehalten na gut dann schauen wir doch noch eine Notiz Earls Tagebuch Aha, hieß ihr Vater nicht, Earl ihr hättet nicht dazu machen wir schauen Earl Williams Eintrag 1 wer kennt sie nicht diese Kinderspiele in denen man sich entscheiden muss was man lieber tun würde verhungern oder einen anderen Menschen verspeisen die waren immer rein hypothetisch bis jetzt sie sagten dass wir ihn nicht verkommen lassen sollten damit sein Tod nicht umsonst war es erscheint mir trotzdem falsch was nutzt es einem zu überleben weil man am Ende nicht mal mehr in den Spiegel schauen kann ok ne also Carnivalismus ist auch keine Option ja und man sollte mit seinen eigenen Prinzipien nicht brechen auf jeden Fall und vor allem nicht mit grundlegender Ethik so hier haben wir noch offensichtlich eine Wackelpuppe eine Stärke Wackelpuppe ok so und wir haben noch ein bisschen Zeit das ist auch sehr nett so Mop gut oh hier haben wir noch wieder Teddys hm Bergarbeiter Teddys na das ist ja niedlich gut die graben hier wohl Menschen aus oder einen dann kann man jetzt sehen wie man möchte mit einer Mini Schaufel sehr hübsch ok die Bärchen nehmen wir auf jeden Fall mit und haben wir die gut das ist ja sehr hübsch hier wir können auch noch mal an die Werkbank gehen wir haben ja noch einige an Schrott eingesammelt und ja wir haben uns ja noch ein paar Waffen eingesammelt eine Aggressotornklinge eine Kampfflinde mit einer Rohrzange ok das hält sich halt auch in Grenzen hier und die haben wir noch eine Blei verkleidete ne einfach nur eine behandelte versteifte Lederrüstung die kommt hier unten auch weg gut ok wir haben noch einen Bergbauhelm oh den kann man noch nicht den kann man auch noch verwerten den kann man auch noch verwerten den kann man schon verwerten vom Bergbauhelm zu Bergbauhelm dann kommt das Spei raus den kann man verkaufen gut gut hätten wir den gut immer noch 25 Sekunden mein Güte noch ein bisschen viel Vorbereitungsseite für meinen Geschmack so haben wir hier noch irgendwas ach hier ist noch ein Verschlag dann gucken wir da noch rein Tür unzugänglich aha na toll eine Kette vor wieder oder was ne diesmal nicht aha wie kommt man denn da rein aha so nicht hm wie gesagt hat der da oben aufgehangen oder hat er versucht rauszukrabbeln aber rückwärts wenn er mit einem Beuch links zerlegen würde würde das viel mehr Sinn ergeben so wir haben hier wartet schon dass man hier so lange warten muss ok springe den Minenschacht hinunter oha ok na das ist ja spannend was wir so machen sollen na das finde ich ganz großartig hm ich sehe wie ich das jetzt machen möchte hm hm ja eigentlich nicht gut dann würde ich sagen müssen wir hier aber mal die Folge beenden oh statt dass es länger wird machen wir es ein bisschen kürzer dann machen wir das nämlich in der nächsten Folge das finde ich nämlich viel sinnvoller ok gut ok also dann machen wir hier wirklich an der Stelle erst einmal Schluss für heute hier geht es dann beim nächsten Mal weiter auch mit dem Event bis dahin macht's fein ciao ciao und bis bald